Was hat uns jetzt letztendlich Book and Play gebracht? Wir haben natürlich, nachdem wir es eingeführt hatten, es schön in der Presse veröffentlicht. Wir haben uns hier an die Hotels gewandt, bei uns in den Kurorten an der Küste, an die Pension. Und dadurch haben wir einen extremen Zuwachs an Einzelstundenbuchung bekommen. Wenn man die Einzelstundenbuchung rechnet von Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern als Zuwachs, dann hatten wir von einer Wintersaison zur anderen knapp 60% mehr Umsatz. Sprich, mehr Buchung und damit eine wirklich viel bessere Auslastung der Halle, weil wir wissen alle, Energiekosten werden höher, werden teurer, die Halle muss bezahlt werden. Und wir kriegen eine Halle bezahlt, lieber ganz einfach versuchen, die Halle so gut wie möglich auszulassen. Und das ist uns mit Book and Play wirklich mehr, als wir es gehofft haben, gelungen.